Ich bin ein Helikopter. Ich habe jetzt das gemacht. Mal, jetzt kann ich das nicht auslösen. Ich war das nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe die erst angegriffen, nachdem wir heute Abend kamen. Du hast die erst angegriffen, als sie in deine Richtung geguckt haben, ne? Also, so wie alles andere auch. Ja, so läuft das doch. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Da hat noch einer gespawnt bei dir. Die haben die Fähigkeit, nicht zu retten. Ich krieg die nicht kaputt. Ich glaube, wie blöd auf die... Die halten sich. Ich glaube, die gehen vielleicht nicht bis hin zu sich. Sag doch, Spinnen sind scheiße. Oh mein Gott, ich habe irgendwie 20.000 mal auf die eine Ruf gauen. Ich krieg aber die nächsten. Boah, was ist denn hier? Ich hätte hier im Spinnnetz gefangen. Irgendwie ist ja nichts. Ja, wir müssen ja auch gar nicht hier reingehen. Wieso bist du denn schon da hinten? Weil ich renne. Ist ein Quest hier. Wollte ich verarschen? Wenn du dir sagst, dass du ein bisschen da reingehen, oder was? Wollt ihr denn schon da hinten? Jemand sitzt in der Miene fest? Wollt ihr mich am Arsch? Jemand sitzt in der Miene fest? Welcher Ork? Den kenn ich nicht. Wieso muss ich den retten? Also bin ich jetzt das Gleiche? Doch, da ist das Gleiche. Boah. Wieder da rein. Ja Daniel, da sitzt einer in der Miene fest. Ich glaub ich bin da. Den bring ich um da drin, ne? Jetzt gibt es wahrscheinlich auch nen Bossfight da drin wahrscheinlich, oder so. Ja, super. Ey. Gehen wir aus dem Weg. Ich hab meine Ultimate eingriffst. Ey, ich bin noch nicht mal drin, ey. Hau auf dich zu heilen, verlaufen. Ey. Ich kann ja gar keinen Schaden machen, so. Ich höre einfach, wenn ich füre, füre Verzweiflung. Hau auf dich zu heilen. Boah, schau. Das kann ich aber das Ding ja untersuchen. Ich stecke in einem Kokos. Ich figure den mal. Warten wie das geht durch den durch. Die sind gar nicht feindlich. Äh. Wieso will ich jetzt quatschen? Welches Verlangen bringt euch hierher? Oh super. Gut, mit der würde ich gern Sex haben. Da ist nur noch der Boss übrig. Ich glaub wir sind tot. Äh. Da ist nur der Boss. Ja, ich glaub den hat er. So viel auch. Ich glaub das ist ein Heiler auch. Dann schießt du ja auch den, der versucht die ja zu heilen. Weil er hält sich hoch. Verdammt. Und jetzt komm ich. Boah. Und 7 nicht. Jetzt kommen hier mehr Gegner. Nein. Ich nehm mal an, wir müssen kaputt machen. Wie der Ani muss. Ist das, ist das Street oder was? Das ist die Maschine. Jetzt kommt wahrscheinlich der Boss. Oh Gott. Ich glaub das ist der Boss. Gell, aber auch? So viel aus. Ups. Oh Gott. Oh Gott. Was auch? Äh, WAT? Ich hab mich geronshottet. Das ist auch nix neues bei den Viechern. Ja, irgendjemand hat mich geronshottet. Ich hab mich grad noch geheilt bevor ich gestorben bin. Versuch ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ich renne schon, aber ich kann nicht so schnell. Ich bin da. Okay, dann können wir beide wieder sterben. Ich bin da tot. Boah. Halt ein. Halt ein. Die macht mir vollständig sein. Schwere, fährt auf der Pfad auf. Wenn ich einfach im Kreis oder so. Ja, mach ich gar nicht, aber ich kann diese zwei Viecher, die gehen auf den Sack. Jetzt aber ich glaub ich, ich glaub ich gar nicht anheben. Komma, ich bin da. Wer direkt von so einem Viecher. Da sind sich zwei Kleine, die ihr richtig kriegt. Ich guck mal einfach auf den los. Ich tu den die ganze Zeit vergiften. Oh, sehr gut. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Lauf einfach weiter, der läuft dir hinterher. Ich versuche den anzugreifen, ich weiß nicht wo ihr seid. Alter! Ja, lauf einfach weg, ich greif den noch die ganze Zeit an. Aber ich will den auch angreifen, Junge. Der ist ja die ganze Zeit hinterher gelaufen. Ich hab den währenddessen von hinten angegriffen. Was ist denn das für ein Vieh da hinten? Der sagt, boah, schießt das nicht an. Oh je. Anker Stoss. Deaktiviert. Boah. Ich hab den zweiten Ding geschafft. Boah, schön. Ich versuche die ganze Zeit zu treffen, und ich bin ... Ich hab die ganze Zeit den dazu treffen und ich bin ... Boah, schwere Füße. Aber schwere Füße. Eine blaue Füße. Was, da ist auch ein Boss. Was? Da ist ein Boss. Der hat auch ein Vianzzeichen. Der dort. Was? Ah, pisse ich. Das war doch kein Boss da. Boah, sind die heute überpowert, ey. Ja, irgendwie schon. Alles, was wir wollen, gelingt uns, Daniel. Aua. Mich hat ja auch einen Rang. Mach. Ja, ich hab die Vianzzeichen getötet. Ich hab die aber im Rennen noch getötet, Daniel, der hätte nicht passieren dürfen, das ist alles deine Scheiße. Oh Gott, hier sind viele. Ich bin dankbar, dass du dich gekommen bist. Ja, super. Danke. Du musst mit mir kommunizieren dann, ich komm ja schon. Warum musst du denn auf die losgehen? Nein. Nein, mein Gott. Warte. Ich sehe einfach nur Leute vom Board fallen. Oh, das war so. Oh, das war so. Oh, das war so. Da war ja auch gerade 20 Leute. Oh Gott. Oh, auf mich zu kotzen. Oh, das kann ich mir richtig vorstellen, ey. Wie der Daniel, der sagt, hör auf mich zu kotzen. Ich bin so'n völlig gelangweilten Ton. Oh, das kann ich mir nicht. Da müssen jetzt Ziegen mich auf die Klinge gießen. Ah, das ist gar nicht. Level up, ha. Ich muss meinen Fertigkeitspunkt verteilen. mal wieder Tai. Ja. Ta is. Kuhn. Mit einem Kuhn dahinter, der dann ist ein Power Ranger. Das Alibaba Akpaktus. Okay. Ouch! Geh weg von dem Daniel! Ah! Ich brauche eine Verlangen. Der reagiert gerade nicht auf mich, ey. Dann soll mal auf dich losgehen, damit ich kurz eine Waffe wechseln kann. Ja, ich greif den ja schon. Oh Gott! Alter, ich kann ja gar nicht die Waffe wechseln im Kampf. Du Pisser! Das könnte ewig dauern, aber... ... ist auch nicht unmöglich. Oh, fuck! Aua! Aua! Der hat sich totgetreten! Meinst du, schaffst du bei dem noch zu überleben? Ich bin noch nicht gestorben. Vielleicht die uns halt auch sehen. Oh Gott, ah! Ich halt... Nein! Wo bist du, Daniel? Ich komme so schnell, ich kann. Ich komme so schnell, ich kann. ... ... ... ... ... So lange auch nicht funktioniert. Ja, ich bin tot. Alter, mich trifft der andauernd. Ey, wenn der mich einmal trifft, bin ich tot. Weil ich da nicht mehr aufstehen kann rechtzeitig, weil dann direkt noch so ein Ding auf mich gerast wird. Ja, das war's. Ach was. Da rede ich jetzt nicht in die Richtung, ich glaube ich rede in die falsche Richtung. Leckt mich! Aber gehackt. Ja, ich dachte, das passt. Bin in die falsche Richtung geraten. Ja, wenn du zu dem Weitweg gehst, ist der, ja, intriggert manchmal. Du wirst doch wieder. Oh Gott. Geflickt da! Oh nein, Daniel! Ich kann mich nicht bewegen. Na zum Teufel. Relaks am Boden. Okay, ich stand da einfach nur. Relaks am Boden. Wir haben den fast, Daniel. Fast. Willst du wieder von Anfang? Nee. Halt die Klappe. Wir werden jetzt beide ein Ultimates machen. Hab ihn! So, sehr gut. Mein Gott. Leck mich. Irgendwie kriegen wir nix. Ich hab ne zweihändige Keule von dem bekommen. Ja, dann mein ich nicht. Irgendwie kein Zeichen, das wir halt geschafft haben oder so. Nein, ich bin voll. Das Ding ist einzigartig. Bei mir wird das ganz angezeigt. Wird das nicht hier angezeigt? Bei mir ist das schwarz. Okay. Okay. Dann machen wir irgendwann nochmal platt. Genau.